Willkommen zurück zu einer neuen Folge H1Z1 Battle Royale. Es gab ein kleines Update. Einige kleinere Bugfixes und so weiter und so fort, aber ich glaube, nichts wirklich super. Ich bin schon viel auf dem Dach gelandet, aber ich glaube, nichts Wichtiges, was hier diesen Modus anbetrifft. Wahrscheinlich eher so ein bisschen PvE. Hier ist schon mal eine gute Waffe. Sehr schön. Das fängt sich auch richtig gut an. Und der Revolver. Aber nicht schlecht. So. Das ist, glaube ich, nicht die Munition, die ich hier brauche. Hier kann man sich ja richtig gut ausrüsten in dem Haus. Nein, ich habe kein Space für das. Okay. Kein Platz mehr. Das ist natürlich nachteilhaft. Okay, aber ich möchte auf jeden Fall erstmal schauen auf die Karte. Wo bin ich denn überhaupt? D4. D4 ist hier. Wenn ich südlich gehe, komme ich in die Stadt. Okay. Das heißt, ich werde südlich gehen. Hier lang. So. Ja, das Spiel hat sich... Ich habe ja das letzte Mal gespielt. Da wurde ich sogar... Da war ich relativ gut eigentlich, muss ich sagen. Ich habe zwar keinen gekillt, aber ich wurde Vierter. Und habe auch eine Mystery Bag bekommen. Ich weiß zwar nicht genau, was das ist, beziehungsweise was da drin sein kann. Und ich bin auch noch, ehrlich gesagt, ein bisschen unentschlossen, ob ich das jetzt hier in dieser Folge ausprobieren soll. Oder... Ich glaube, das Mikrofon ist doch relativ laut gerade. Ich mache das mal ein bisschen leiser. So, so. Ich glaube, so müsste es eigentlich gehen. So. Ich bin noch relativ unentschlossen, ähm... Ob ich diesen Mystery Bag öffnen soll. Und, äh... Hier, das hier ist eine ganz, ganz blöde Position eigentlich. Wo ich mich hier gerade befinde. So offenes Feld ist natürlich nicht so gut. Aber ich glaube, wir werden nicht Vierter werden. Nee, 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 nee. Ich glaube, das war auch ihr Glück, dass ich wirklich absolut gar keinem über den Weg gelaufen bin. Und dann doch relativ lange es da ausgehalten habe. Komm, stirb doch einfach. Okay. Hu, 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 hu. Okay, okay. Was ist der Kerl? Hier haben wir ihn. Gib mir den Loot. Gib mir den Loot. Du hast nichts. Shotgun. Okay. Halt! Das da brauche ich. Ich habe keinen... Ich habe keinen Platz. Oh, das... Das Inventar wurde ein bisschen aufgeräumt. Das ist gar nicht mal so schlicht. Boah, komm. Ich schmeiße diesen ganzen Kack hier weg. Hallo. Höh. What? Was war das denn? Okay. Das geht ja schon ganz gut los hier. Ein bisschen nachladen. Aber ich glaube, hier drin gibt es ansonsten nichts. Du. Du. Du musst sterben. Wo ist der Kerl hin? Verdammt, wo ist der hin? Okay. Okay. Hier sind einige Leute. Hier sind so viele Leute. Verdammt. Ist er tot? Ja, ich habe ihn gekillt. Okay. Wunderbar. Ich habe es gerade noch unten gelesen im Blog. Sehr schön. Mann, das läuft ja echt gut. Ich habe schon zwei Leute gekillt. Und wir sind noch 75 Leute. Und ich sollte eigentlich auch mal auf die Karte gucken. Wer war das denn? Der Yusuf Kou. Okay. Wir werden immer besser in dem Spiel. Wir werden immer besser. So. Ich möchte mir jetzt eigentlich ehrlich gesagt eine sichere Position suchen. Und dann möchte ich mal kurz auf die Karte schauen. Ich habe gerade gedacht, da läuft jemand. Da hinten sind doch bestimmt Leute. Okay, verdammt. Ich komme den Berg hier nicht hoch. Aber da drüben vielleicht. Gut. Okay, pass auf. Wir müssen südöstlich. Südöstlich. South East. Das ist doch auch noch ein Haufen Leute. Ich bräuchte einen Rucksack. Verdammt. Ich bin nicht so gut ausgerüstet. Wie ich dachte. Okay, hier sind irgendwo. Hier sind ganz in der Nähe Leute. Oh, verdammt. Ich brauche einen Rucksack. Ich brauche einen Rucksack. Kein Molotow-Cocktail. Nein, Rucksack. Ein Rucksack. Ein Rucksack. Eine AK-47. Boah, das ist natürlich auch gar nicht mal so übel. Die Waffe. Ich höre doch hier irgendwo jemanden. Ich höre doch hier irgendwo jemanden. Okay. Äh, Südosten war das, ne? Ich kann mal kurz hinsetzen. So, Südosten. Ähm. Humpadink. Gorg. Oder was auch immer das ist. Shit, da ist doch irgendwo jeder. Genau, natürlich in diese Richtung muss ich. Huh. Gib mir dein Hoodie. AK-47, natürlich. Ich habe keinen Platz mehr. Ah, shit. Geht das? Ja, okay. Habe ich die Munition da früher? Oh, ja. Okay. Mit dieser Waffe wird es wahrscheinlich so schwer sein zu zielen, aber ich werde es wahrscheinlich hinkriegen. Halbwegs, irgendwie. Okay. 41 Leute noch. John, John, John. Es läuft gut heute. Es läuft gut. Als könnte, wenn es doch nur immer so laufen könnte. Mann, 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 Mann. Laufen sie mir direkt vor, vor, vor die Waffe. 39 Leute noch, okay. Okay, pass auf. Liegt hier irgendetwas? Ich weiß es nicht. Könnten aber einfach mal hier reingehen und gucken. Hier liegen so viele Waffen rum. Das ist schon... Na, okay. Hier, South East. Okay, von da drüben. Von da drüben. Noch weit, noch weit, 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 weit weg. Wie komme ich denn da hoch? Verdammt, wie komme ich denn da hoch? Vielleicht da vorne? Boah, ich habe meine Hände zitternd auch total. Ich habe noch nie drei Leute hintereinander umgebracht. Also in dem Spiel. Also auch nicht in Real Life oder so. Also, was denkt ihr denn von mir? E-5. Okay, wait, 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 wait. Ich bin in E-5 südlich. Muss eigentlich nur noch nach Süden laufen. Oh shit, das ist nicht gut hier. Das gefällt mir gar nicht hier. Oh shit. Okay. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Zehn Sekunden noch, man. Ich muss mich beeilen. Weil ansonsten laufe ich auch in die Giftgaswolke rein. Oder die verschluckt mich. Und der eine hatte sogar einen Quad, der Idiot. Und auch ein Quad. Verdammt. Aber ich glaube, wenn wir einfach nur südlich laufen, ist das gar nicht mal so übel. Aber ich glaube, hier irgendwo müsste auch noch einer sein. Ich bin immer noch bei E-5. Oh, ein Auto. Ja, witzig. Hier steht ein Auto rum. Jo, okay. Okay, Süden. Süden, 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 Süden. Ich werde, glaube ich, ich werde nicht so viel mit dem Auto fahren. Nein, nein, nein. Ich möchte nur zu dem Fluss hier hinkommen. Ich möchte nicht so viel Aufmerksamkeit erregen, ehrlich gesagt. Okay, und dann werde ich mich irgendwo wieder hinstellen, wieder auf die Karte gucken. Das ist der Plan. Das ist der Plan. So. Ich bin bei E-6. Fast. Wenn ich wüsste, wo ich genau bin, dann... Aber ich laufe weiter südöstlich rein. Aber ich müsste da hinten hin. Irgendwie. Okay. Jetzt habe ich auch das Zeug nicht durchsucht von einem einen Typen. Da, wo ich das Auto gefunden habe. Ah. Twitch.tv. Dread FPS. Hat da etwa jemand einen Livestream? Okay, ich kriege dich auch noch. Ich kriege dich auch noch. Ich habe auch gehört, es soll hier so ein Scharfschützengewehr geben. Ich bin ganz zufrieden, dass ich eine AK-47 überhaupt gefunden habe. Die hätte ich nämlich auch bisher noch nie. Und ich glaube, die ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, dass das 308 Hunting Rifle, das ist... Scharfschützengewehr. Glaube ich zu wissen. Okay. Jetzt lass mal kurz schauen. Wie sieht es denn hier so aus? Okay, die Grafik ist natürlich, wenn man durch das Fernglas guckt, extrem runtergeschraubt. Wegen der Weitsicht. Alter, ich habe eine Schrotflinte dabei. Ein Maschinengewehr und eine AK. Und glaube ich noch... Ne, die Pistole... Den Revolver habe ich weggeschmissen, glaube ich. Okay. Jetzt müsste ich natürlich noch mal schauen, wo ich bin überhaupt. Ich bin E6. E6 ist... E6 ist hier. Bin ich... Eigentlich müsste ich doch schon der Safe-Soul sein, glaube ich. Aber ich glaube, wenn ich den Fluss hier überquere... Wenn ich den Fluss überquere und da hinten in den Wald irgendwie komme, dann bin ich auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Müssten wir eigentlich dann auf E7 kommen, wenn wir immer südlich laufen. Und ich habe auch gelernt, teilweise umzuschalten in die Third-Person-Sicht, weil besonders an Häusern ist das natürlich ziemlich vorteilhaft, wenn man um die Ecke steht, dann kann man nämlich auch... Beziehungsweise wenn man im Haus drin steht, kann man auch so um die Ecke gucken und sieht dann eben auch von außen andere Leute. Das, was man in der Ego-Perspektive eben nicht sieht. Ich muss aber dazu sagen, die Ego-Perspektive ist eindeutig atmosphärischer. Schaue ich auch ehrlich gesagt lieber. Oder spiele ich ehrlich gesagt auch lieber. So, ich bin bei E7. E7 ist hier. Radio Tower müsste irgendwo da oben, ne? Westlich. Radio Tower müsste irgendwo hier sein. In der Richtung. Oh, shit. Oh, shit. Nein. Das war keine gute Idee. Der hat sich nämlich dann hinter den Baum gestellt. Oh, naja, okay. Der Marty. Jo, Marty. Okay, auf jeden Fall 27. 93 Lebensmittel hatte der noch. Der Kerl. Okay. Mit der AR-15. Gut, ich hatte auch 88% Leben nur noch, weil ich hier auf dem Dach wieder runtergefallen bin. Naja, okay, gut. Das war H1Z1. Das war tatsächlich nur eine Folge. Aber ich fand sie ganz gut. Drei Leute gekillt und der 27. Ich meine, ich komme natürlich nicht mehr, wahrscheinlich nicht mehr auf Platz 4. Aber das war auch das letzte Mal mehr Glück als können. Trotzdem, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch eine positive Bewertung. Schaut doch in die anderen Videos rein und es würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.